início äääh... wo hin... wo hin... wo hoch? Sechs! Rechts! Jajajaja Upsie! Mit der ach, musstest du noch überspringen Oh, 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 ojo! Hoo wahai! Zeit hoch hinaus! Weiter Versuch! Mach was drauf! Ja... Nein, dann gut. Nein, nein, uah! Ja, du kannst ja drüber sprechen. Ja, ja, aber das war so knapp! Nein! Voll gegrillt? Das muss nicht sein! Trolli Flop ein zweites Mal! Versuch's doch einfach noch einmal! Da! Ja! Ui, nicht so Hitzeschwätzchen! Ausgetrollt! Aber denk dran! Oh, dein Troll findet trotzdem nicht toll! Na klar, der findet dich trotzdem toll! Das war wohl die falsche Richtung! Das war wohl die falsche Richtung! Links, rechts! Und dann die ganze Zeit los! Sag mal, was ist los mit dir? Das ist feierartmisch! Na linksbetrieb! Ich muss irgendwie reagieren auf einmal und dann rauspringen! Ja, dann nach rechts jetzt aber! Ja, das ist so zu sehen! Ich hab' den in die Pfeil gedrückt! Na ja, mir wurde die Fresse des Gesch... Ich mach' das hier! Ich mach' das hier! Äh! Jetzt wird er nicht friggeln! Oh, dein Troll findet's denn nicht toll! Ja, so kann man auch fail! Ja, so kann man auch fail! Ja! Der Hugo liegt gefährlich! Jetzt zeig' ich mal vor, wie man alle Säcke einsammeln kann! In dem gefährlichen Spiel! Okay! Wobei ich einmal gefailt bin! Einmal bis jetzt! Voll gegrillt? Das muss nicht sein! Doch, ich will dich aufessen! Ich hab' ja... Immer noch mehr! Und ich bin ziemlich gut! Doch, was? Ein bisschen bei der Nummer 6 aber passt! Ist dir wohl ein Voyager anwesend? Und? Oberdeiße Bombe! Ja, ja! Fängt uns an, das Spiel jetzt schon zu trollen? Ja! Atta, Atta! Kommt ein Hugo gelogen! Das war ein bisschen zu... Was? Hä? Hattest du nicht? Du hattest doch noch ein Leben! Ja, jetzt trottet es uns wirklich! Kommt ein Hugo geflogen! Kommt ein Hugo geflogen! Aaaaah! Drei Mafio tolle tolle! Wie war das? Kommt ein Hugo... Kommt ein Hugo... Ja, das war ja eben zu fies! Kommt ein Hugo geflogen! Du magst den wohl irgendwie, oder? Na, hab ich eben wieder kaputt noch nicht noch ein Leben? Ich glaube, hier hast du nur zwei Leben. Hach voll! Hach voll! Hach voll! Hm, nicht gerade gewesen! Das ist die hochte Zone! Denk dran, das ist jetzt dein letztes Leben! Ich glaube, das war's! Der entspannt sich schon mal! Ja, das war's! Äh... Ja! Hupferlaut! Jetzt süpft jetzt zu Wasser bis zur Nasenspitze! Toll blöd gelaufen! Aber wir können ja noch mal loshopsen! Äh... Ja! Uiih! Nicht so hitzig, Schätzchen! Träumst du jetzt nicht, träumst du später! Äh... Oder so! Einmal bitte den Frosch! Eule! Nur mit ihre Zebras, Rinder, aber Eulen, Menschenskinder! Scheiße, egal! Ich wiederhole das nicht in der Endszene! Nein, nein, nein! Brauchst du auch nicht! Eule, Eule! Hat dich bis jetzt... Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Eule, Eule, Eule! Drei mal Eule! Ja, zwei, 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 zwei... Ich sag ja, ich bin schlecht! Und die Eins... Ich finde das schlecht! Ich darf dich alle Trolliks bitten auf den Zeugten von Dresslitten! Was soll das?! Bei mir reagiert die Acht nicht! Ist zufällig ein Frisch oder anwesend? Dresslitten hast du nun zertrümmert! Der Dritte wartet! Sei unbekümmert! Harpol, Harpol! threw! Ah Alter! Fi-Liht! Ausgefallene Kopfbedeckungen rationearpone europäens Dann Cro 몰라 das war dein lechter Schlitten! Ciao und ciao, tschüss! und scharf es. Gratzt nicht. Na argh! Ich hab doch die Zeug Space untergelegt, aber zu schnell! Ich darf dich alle Trolliks bitten auf den Zeugten von Dresslitten! Zwei Schlitten hast du nun zertrümmert. Der dritte wartet. Drei Runden gekümmert. Halt es mit Überlänge! Nein! Da! Ist zufällig ein Frissur anwesend? Tolliflop, das war dein letzter Schlitten. Ciao und Tschüss! Ist damit irgendwie zu blöd wie das letzte Spiel? Ist zufällig ein Frissur anwesend? Danke, U. Ich darf dich alle Tricks bitten auf den zweiten von drei Schlitten. Zwei Schlitten hast du nun zertrümmert. Der dritte wartet. Drei Runden gekümmert. Ist zufällig ein Frissur anwesend? Tolliflop, das war dein letzter Schlitten. Ciao und Tschüss! Nein, 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 nein. Ich kann nicht. Nein, nein, nein. Ich kann nur noch genug Zeit haben. Ist zufällig ein Frissur anwesend? Ich darf dich alle Trolliks bitten auf den zweiten von drei Schlitten. Es ist zufrieden, ich bin so eingefügt. Es ist okay. Endlich. Er hat es zur Helmsee geschafft. So, 4, 5 und 6. Was ist hier los? Tobi lässt immer frischen. Ist zufällig ein Frisur anwesend? Zwei Schlitten hast du nun zertrümmert. Der dritte wartet für die Runde grünt. Ich kann nicht mehr. Ist zufällig ein Frisur anwesend? Curly Flop, das war dein letzter Schlitten. Was war ich denn schieb? Wohl die letzte Chance. Jaja, jetzt plötzlich da klappt es. Obwohl die Kamera fast am krepieren ist. Da will ich es selber schaffen. Ja. Egal, egal. Ich darf dich alle Trollix bitten auf den Zeiten von 3 Schlitten. Ach so, ach so. Egal, 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 egal. Oh, ihr habt ausgefallene Kopfbedeckungen. 2 Schlitten hast du nun zertrümmert. Der dritte wartet für die Runde schafft. Okay. Na gut, na gut. Na gut, na gut. Polit, ausgefallene Kopfbedeckungen. Dolly Flop, das war dein letzter Schlitten. Ciao und tschüss. Ich kippe auf. Du gibst auf? Okay, dann war es das jetzt. Damit hat es wieder aufgegeben. Ja, ich habe keinen Sinn mehr. Dahinter gesehen. Schmeiß den Stück weg. Ach, David weiß ja was er macht. David weiß was er macht. Und wieder hoch ist die Leine durch. Oh, er weiß was er macht. Und wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch. Oh nein. Was war denn das? Jetzt reiß dich mal am Riemen. Ja! Ja! Ist das dein Ernst? Nein, das war nicht der. Ja. Ist der gedrückt? Der ist dann gefehlt und dann ist das Spiel abgestürzt. Dadurch.